Ja, das ist die Idee. Das macht man. Ja. Das musst du Christian schicken. Ja? Ja. Kannst du noch schreiben? Ich kann immer noch malen. Geh mal weiter. Nee, geh du mal vorbei. Du bist ja ein Stimmtein. Frau Stimmtein, hast du dir denn mal wieder was geschickt? Nein, die meldet sich. Diese großen Schirme haben was Lustiges. Das ist ein Stimmtein. Nein, es ist einfachаксим. Vielen Dank.